One, two, three, four. Und Abfahrt. Oh Gott, ich habe gedacht, das wäre mein Vater. Ohne Witz, im Gegenlicht hätte mein Vater sein können. Alter. Das ist so ein richtiger Papa, der jetzt eine Rockband hat. Ja, sag ich ja. Im Keller, da übt er den anderen Papas von den Kindern in der Schule. Und dann auf dem Schulfest rockt er da richtig. Ja, mit den anderen Papas. Das könnte aber Karnevalsmusik sein, oder? Das ist doch ne, oder? Ja, ich mag den Gitarrengurt. Da merkt man nämlich, schau, ich mache Musik. Ich liebe Musik. Ich liebe das, was ich mache. Ist das richtig Kölsch? Darf ich das gut machen? Ja. Irgendwie habe ich Bock drauf. Hau rein. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe schon so viele mit Gitarre, Leute. Die vertragen sich nicht. Nachher kämpfen die gegeneinander. Papa mit der Gitarre, der einfach... Ja, komm! Guck mal, der kann, der kanns! Okay, jetzt... Pupple Haze Haze All Around Don't know if I'm coming up or down You got me blowin' Blowin' my mind Is it tomorrow Or just the end of time Remember Bubble haze Bubble haze Bubble haze Yes! Hallo und Herzlich Willkommen Team Luke! Dankeschön, vielen Dank! Du bist der? Ich bin der Gero! Der Gero! Und du kommst aus? Aus Hamburg! Und du bist so eine richtige Rocksau, ne? Ich hoffe! Mein erstes Konzert war 1989 und ich bin eigentlich seitdem immer wieder auf Flühen unterwegs gewesen. Große oder größte Vorbilder wären Jimi Hendrix, Angus Young. Eines meiner größten Erlebnisse war tatsächlich, als ich Angus Young getroffen habe. Damals 2016 auf der Tour waren sie in Büsseldorf in einem Hotel abgestiegen und ich bin auf gut Glück hingefahren und habe im strömenden Regen anderthalb Stunden auf Angus Young gewartet und hatte dann aber das Glück, als er rauskam, mit mir ein Foto zu machen und meine Gitarre zu singen. Ich bin Producer für CGI, also 3D-Animationen und auch teilweise Film. Aber ich dachte so, jetzt hat mich nochmal der Ehrgeiz so gepackt und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Jetzt will ich es nochmal wissen. Also Gero, äh, Giro, äh, Giro. Wir machen ein Playstation-Spiel, Gitarre Giro und dann werden wir einfach sehr, sehr reich. Ich freue mich, dass du da bist. Viel Glück und willkommen in meinem Team. Wir machen was Geiles, bin mir sicher.